Unsere Katara-Gitter sind also unsere primären, unsere primären morphogen-ethischen Zentren, die unsere Informationspläne enthalten. Lassen Sie es mich also im Grunde ein wenig aufschlüsseln. Auf diese Weise sind wir alle ziemlich vertraut mit den Chakren in unseren Chakren-Systemen in unserem Körper. Unsere Chakren-Systeme speichern unterschiedliche Energieaufzeichnungen-Zentren in unserem Körper, die uns dabei helfen, verschiedene dimensionale Energiefrequenzen für uns zu verwalten, sodass jedes Chakren wie eine kleine Bibliothek oder ein Stationszentrum ist, sodass unser Wurzelzentrum beispielsweise einige unserer grundlegenden ersten dimensionalen, Eakas heischen Erinnerungen und auch unser Überleben enthält, nivellieren sie unseren Platz im Inneren mit einer Inkarnation. In einer physischen Realität, sodass unser Wurzelzentrum, unser Wurzel-Chakren, der Ort wäre, an den wir gehen würden, wenn wir sehen wollen, wie unsere Energie in der ersten Dimension oder innerhalb einer der molekularen oder Überlebensebenen verwaltet wird, unser Energiefeld, unser zweites Chakren, um nur kurz ein weiteres Beispiel zu nennen, wäre, wie wir mit unserem zweidimensionalen Energiekörper oder unseren Emotionen umgehen würden und wie wir uns mit anderen Menschen verbinden und unseren Platz der gemeinsamen Beziehung zueinander finden, es ist ein anderes Energiezentrum, eine andere dimensionale Frequenz, die es hält, und so bewegen sich unsere Chakren nach außen und wir müssen mit unserem fünfzehnten Morphogen-ethischen Chakren arbeiten, sodass wir unsere sieben Basis-Chakren in unserem Körper haben und sie sich dann weiter ausdehnen, acht weitere Chakren, die unsere Morphogen-ethischen Chakren genannt werden und Dinge wie unser achter Chakren enthalten werden, das unser höheres Herz ist. Wir werden unser Spannungs-Chakren haben, das sich an der Krone befindet, wo sich unsere Überseele befindet. Wir werden auch nachsehen bei unserem Morphogen-ethischen Chakren oder Chakren 13 wird es sich um die zwölfdimensionale Sphäre auf dem Planeten Erde handeln, und dann wird unser fünfzehnter Chakren tatsächlich vollständig zurück in den Weltraum verkörpert sein, was wirklich eine Verbindung zur andromedanischen Art von Rad herstellt, deshalb möchte ich hier nur darauf hinweisen, dass es Energiezentren gibt, die sich durch ihren Körper bewegen, wenn sie mit ihr was arbeiten, aber jedes. Davon ist eine Art Station, die ihnen dabei hilft, die Ebenen zu verwalten, sodass es wie verschiedene Dateien in ihrem Körper ist Computer, die ihnen helfen, die Dinge in ihrem Energiefeld zu organisieren. Auf diese Weise können sie, wenn etwas los ist, gezielt zu diesem bestimmten Bereich gehen, um mehr. Informationen darüber zu erhalten und zu sehen, was jetzt in diesem Feld geheilt oder geklärt werden muss, wenn wir beginnen sich durch unsere Chakrenzentren zu bewegen, nur um zu wissen, wie die Aktivierungen stattfinden, wenn sie anfangen, Empfindungen in ihrem Körper zu spüren, nur um zu wissen, dass wir mehr als 15 Chakren in unserem Körper haben. Wir haben hunderte von Chakren in unserem Körper, jede unserer Fingerspitzen oder unsere auf unseren Handflächen und auf unseren Fußsohlen sind überall nur Chakren und sie werden einfach kleinere Chakren oder kleinere Chakren genannt, sodass die Sonnenfrequenzen und Codes durchdringen, wenn sie Pings in ihrem Körper spüren, wenn sie dies tun, sie spüren Druck in ihrem Körper, wenn sie gerade aus der Meditation kommen und ein Pulsieren am Scheitel ihres Kopfes, in ihrem dritten Auge, in ihrer Kehle, in ihrem Herzen oder an einer dieser Stellen verspüren. Dies sind sehr spezifische Signale, das sagt ihnen, dass bestimmte Chakren in ihrem Körper noch stärker aktiviert werden, wahrscheinlich wachsen, wahrscheinlich erweitert werden, sich klären, sich verbessern. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Dinge, die in diesen Chakren passieren, aber werden sie sich des Gedankens bewusster. Es gibt nicht nur die Gedanken, sondern die Gefühle und Empfindungen, die durch deinen Körper gehen, denn wenn du sie spürst, gibt es dir das Signal, wo sich Blockaden in deinem Körper öffnen, wo sich neue Energiezentren für dich öffnen, während du dein Leben heilst. Während du deine Emotionen heilst, heile deine Vergangenheit. Du beseitigst das alte Miasma im Körper all die Art von Schmutz und alle Blockaden und all die harten, dichteren Energien im Körper. Ratet mal, wohin die Meridiane fließen und die zufälligen Linien verlaufen, wenn sie fließen, werden sie mit den aktiven Energiekanälen durch ihren Körper wieder online kommen. Diese Kanäle ihres Körpers, diese Chakren, beginnen dann zu korrelieren, sobald sie ihre Chakren durchgearbeitet haben. Das nächste, worauf wir uns einstimmen, ist, dass sie das haben, was ist, sie nennen es ihren Lebensbaum, der ihr Katara-Gitter ist, und es sind diese zwölf Sphären, die so aussehen, als wären es im Grunde die zwölf Sphären, die, wenn sie sie ausdehnen, hier das Bild davon sind, wie sie ihren Körper überlagern, sodass sie sich von ihren Schakren und diesen unterscheiden, beginnen sie nun damit, sie mit dem universellen Körper zu verbinden, also mit dem universellen Körper, nicht nur mit dem Planeten des Sonnensystems und der Galaxie, sondern mit der gesamten 15-dimensionalen Zeitmatrix durch diese zwölf Sphären, also mit der ersten hier drüben tatsächlich wird es ihre erste Sphäre sein, die sie fast wie ihr Wurzelschakren betrachten würden, aber das ist nicht so, es ist nur ihre erste Sphäre und dann wird sie sich mit dem Mittelpunkt der Erde verbinden, in Ordnung, das ist halt eine alte Powerpoint, die ich zusammengestellt habe, damit sie sich mit dem Mittelpunkt der Erde verbindet, und während du dich mit dem Mittelpunkt der Erde verbindest, bleibe ich jetzt einfach hier drüben, du wirst das sehen, die zweite Sphäre wird im Wesentlichen dort sein, wo ihr Wurzelschakren die dritte und vierte Sphäre ist, diese arbeiten also mit morphogenethischen Zentren und sie halten die morphogenethischen Felder, also 1, 2 und 3, also dasjenige, das sich im Mittelpunkt der Erde befindet, dasjenige, das in der Nähe ist ihr Wurzelschakren und dasjenige, das sich bei Männern wie ihr rechter Eierstock oder der Fortpflanzungsbereich oder die Keimdrüse befindet, wird das erste harmonische Universum sein, also haben sie die Sphären 4, 5 und 6, also geht das Grün ins Blaue und das Hellere. Blau um dann das zweite Harmonische Universum zu halten, also sind dies die Orte speziell auf ihrem Körper, auf die sie, wenn sich Energie an diesen Orten bewegt, direkt mit den morphogenethischen Feldern arbeiten, die mit diesen Sphären verbunden sind, diese Dimensionen, die sie jetzt betrachten, der linke Eierstock, den sie gerade über ihrem Bauchnöbelbereich betrachten, und jetzt sind 6 und 7 ihre Engelsflügel. Wenn also 6 und 7 aktiviert werden, wird dies die Basis des zweiten harmonischen Universums oder die Spitze des Universums sein das zweite harmonische Universum in die Basis des dritten harmonischen Universums, also die sechste und siebte Dimension, das sind unsere Engelsflügel. Das sind unsere Engelsflügel. Wenn sie also oft Schmerzen oder Nadelstiche in ihren Schulterblättern verspüren, ist das ein Zeichen möglicher Zeitlinien und Orte, an denen ihnen die Flügel abgerissen wurden oder an ihren Flügeln manipuliert wurde oder an denen ihre Flügel in ihrem morphogenethischen Körper wieder aktiviert werden, weil wir auf höhrdimensionalen Ebenen Flügel haben und es wichtig ist, dazu in der Lage zu sein, bewegen sie tatsächlich unsere Flügel aus, so dass wir wieder die Flügelspannweite haben. Damit wir uns innerhalb dieser Frequenzen halten können. Die 8 wird wiederum der Feinheitsbereich sein, der ihr höheres Herz ist. 9 und 10 arbeiten mit ihren Ohren, wenn sie also ein Klingen hören deine Ohren und wenn du Geräusche in deinen Ohren hörst, ist das die neunte Dimension und das ist die zehnte Dimension. Die Aktivierung in der Elfte wird im Bereich deiner Zirbeldrüse sein und dann wird die zwölfte Sphäre direkt über deinem Kopf sein, also halte sie fest überverkaufte Position da drin, also nur um zu wissen, dass sie ein Katara-Gitter haben, das jetzt über ihre physische Form geht. Nachdem es über die physische Form geht, sind wir Teil des Planetenkörpers. Lassen Sie mich tatsächlich fortfahren und Ihnen das vorlesen, was die Katara-Zentren sind kondensierte Skalarwellenpunkte, also ist das Erinnern an alles morphogen ethische Muster, die beginnen, sich an andere Muster und andere Muster zu binden. Denken Sie an Legosteine, die immer wieder Bausteine miteinander verbinden, um neue Strukturen und neue Muster zu schaffen, sodass die Katara-Zentren wie diese kondensierten Skalarwellenpunkte sind, die halten die dimensionalen Spektren in uns und wenn wir lernen, mit ihnen zu arbeiten, können wir Zugang zu den verschiedenen dimensionalen Sphären haben und sie enthalten das Kernprogramm der elektrotonalen geometrischen Mathematik für die dimensionale Struktur, sodass jedes Zentrum ein Programm für eine Dimension und sozusagen enthält durch die Aktivierung in uns helfen Sie uns, unsere Vorlagen für jede der Dimensionen in unserem Körper zurückzusetzen. Wenn Sie eine Vorlage zurücksetzen, ermöglichen Sie Ihrem Bewusstsein erneut Zugriff auf die Informationen in dieser Dimension. Das bedeutet, dass Sie eine der Sphären aktivieren. Wir hatten also Zugriff auf 1, 2 und 3, aber wenn sich beispielsweise die vierdimensionale Sphäre aktiviert, erhalten Sie Zugriff auf das vierdimensionale Bewusstsein. Wenn die fünfte Sphäre diese Vorlage erneut aktiviert, haben Sie Zugriff auf das fünfdimensionale Bewusstsein und so weiter und so weiter. Wenn jede Sphäre die Vorlage rehabilitiert, dann haben Sie die Fähigkeit, das Bewusstsein zu akzeptieren, um dieses Bewusstsein erneut verarbeiten zu können und ein Verständnis dafür zu haben, anstatt dass es sich nur um Tonnen von Codes handelt, die wir im Moment größtenteils nicht verstehen, wenn wir die höhrdimensionalen Frequenzen erschließen, spüren wir sie einfach als Geometrie, Klänge, Schwingungen, Gefühle, Codes, weil unser Bewusstsein noch nicht ganz an dem Punkt angelangt ist, an dem es nur noch ein Riesiges ist. Oh, ich weiß genau, was all diese Codesymbole und all das sind, das bedeutet, dass wir uns im Moment immer noch weiterentwickeln, um das Bewusstsein von sagen wir der neunten Sphäre, der zehnten Sphäre, der elften Sphäre und so weiter und so weiter zu beherbergen, also dieser Bildschirm macht wirklich Spaß. Ich habe am Ende hier aufgehört, aber das ist einfach so. Wir zeigen einige unserer DNA-Stränge, wenn wir sie aktivieren, sodass jeder von uns, der sich dafür entschieden hat, die smaragdgrüne Sonne in sich zu tragen, diesen smaragdgrünen Kristall, wir uns, wirklich wieder mit den Aloha, den Elohim, den Lyra-Nahazirassen und den Orifim ausrichten, die die smaragdgrünen Ordensklosterrassen sind, die in viele verschiedene Körper reinkarniert haben, und um die christliche Mission wiederherzustellen, sozusagen dabei zu helfen, die ganze Familie wieder nach Hause zu bringen, damit diejenigen, die mit diesen bestimmten Abstammungslinien inkarniert haben, tatsächlich potenziell die 48 Strängen sich haben, die sie jetzt wissen, dass wir möglicherweise mit diesen Strängen inkarniert sind, aber das bedeutet nicht, dass sie aktiviert sind. Wir müssen uns dafür entscheiden, sie online zu stellen. Nur weil, sagen wir mal, ein Lyraan auf Nahasi in eine niedrigere Dichte ging und in einen menschlichen Körper inkarnierte, der die Fähigkeit von 48 Strängen besitzt, die meisten von ihnen werden in einem Ruhezustand sein, der vielleicht mit drei aktivierten Strängen oder vielleicht sechs aktivierten Strängen hereingekommen ist, aber die Sache ist die, dass viele der höheren Engelsformen, selbst wenn sie in diesem Zyklus inkarnieren, sich manchmal selbst vergessen und sich für. Viele Zyklen zuvor verlieren sie erwachen. Nur weil sie mit den Zellen oder der in ihnen schlummernden DNA kommen, heißt das nicht immer, dass sie sie aktivieren. Wir müssen uns bewusst dafür entscheiden, den Weg der Klärung der Dichte zu gehen, damit wir die morphogen ethischen Vorlagen wieder in den Körper einbauen können, Sphären unseres Katara, Gitters, damit wir diese Dimensionen des Bewusstseins reaktivieren. Die DNA-Stränge korrelieren spezifisch mit der Sphäre. Wenn sie also den dritten DNA-Strang aktivieren, können sie Bewusstsein in der dritten Dimension haben. Der vierte DNA-Strang ist das Bewusstsein in der vierte Dimension, der fünfte Strang des DNA-Bewusstseins in der fünften Dimension und so weiter und so fort. Die DNA-Stränge funktionieren also in Korrelation mit den morphogen ethischen Sphären unseres Katara-Gitters, sodass man eigentlich immer nur an DNA-Stränge und Katara-Gitter denken kann, Sphären und Chakren als Fähigkeiten zur Beherbergung und Entwicklung unserer Fähigkeit, unser Bewusstsein zu erweitern. Und ich werde nie aufhören zu sagen, dass meiner Meinung nach der wichtigste kraftvolle Weg, diese Energie wirklich zu entwickeln, durch unsere Träume ist, indem wir uns an unsere Träume erinnern und lernen, aufzuwachen. Wir tauchen in unsere Träume ein, um zu lernen, aus dem Körper herauszukommen und unser Bewusstsein kontinuierlich in andere Formen zu bewegen, in denen wir uns daran erinnern, dass wir mehr sind als nur unser Körper. Und so wird sich das Katara-Gitter auf dem Planeten sehr schnell ausdehnen. Orte auf dem Körper des Planeten, also werden wir Halli und Zypern haben. Und ich entschuldige mich, dass ich nicht das andere Formular habe, in dem tatsächlich angegeben ist, wo diese Orte etwas besser sind, aber also Zypern, in dem sie es haben werden der Nahe Osten, dann gibt es Sarasota, Florida und die Osterinseln und das zweite, das dritte wird Bermuda sein und dann Südafrika, das vierte wird Ägypten und Aguascalientes sein, das bin ich nicht. Ich muss suchen, das könnte wieder in Brasilien sein und dann wird die fünfte Sphäre der Musik, der Vatikan und Machu Picchu in Peru sein, dann wird es die sechste Moskau in Russland geben und dann die Tar, Wüste, dann gibt es China und Loch nur und ich entschuldige mich, ich kenne aber Dong und Basara nicht und dann der Vale of Piusi. Auf der Augeninsel und dann der letzte ist Mössinger, der in Südfrankreich und Kauai liegt, also werde ich es Sie persönlich wissen lassen, mit dem ich wirklich in Resonanz stehe im Süden Frankreichs und Kauai gibt es vielleicht einige von Ihnen, die mehr mit Peru oder dem Machu Picchu Gebiet oder Sarasota oder verschiedenen anderen Gebieten auf dem Planeten in Verbindung stehen. Sie erfahren also, mit welcher Art von Sternentor sie in Verbindung stehen, wir sind auf dem Planeten und wissen, dass sie wahrscheinlich gekommen sind, um dabei zu helfen, einige der Codes für dieses Sternentor zu bewahren, um dabei zu helfen, das Sternentor zu rehabilitieren. Das, was wir alle in Wirklichkeit tun, ist, dabei zu helfen, diese Sternentore wieder offen zu halten, aber sie innerhalb der E innerhalb der Welt offen zu halten, die göttliche Rechteordnung, sie zurück in das Naturgesetz zu bringen und sie aus den Händen der Wesen zu nehmen, die sie für die meisten von Ihnen schon lange gehalten haben, was die Umkehrung war und die Wesen des Vecidax-Systems, und jetzt nehmen wir sie wieder in uns auf die Christusmission und ihre Aufrechterhaltung im göttlichen Gesetz in göttlicher Rechteordnung, damit sich der Planet dann auf eine galaktische Ebene bewegt. Ich werde das ganz kurz durchgehen und das wird hier wirklich eine Art Blick auf unser Sonnensystem sein, also zuerst die zweite und dritte Sphäre werden Merkur, Venus und Erde sein, dann wird das zweite harmonische Universum Mars, Maldek und Jupiter sein, dann wird die dritte Saturn, Uranus, Neptun sein und dann wird das vierte harmonische Universum Pluto-Nibiru und die Sonne enthalten. Sie können sehen, dass sie, wenn sie mit der zwölften Sphäre arbeiten, mit Südfrankreich und Kauai arbeiten werden, also mit den Hawaii-Inseln, sie werden mit dem Sternentor der Sonne arbeiten und sie werden auch arbeiten mit Lyra und Eramatena am universellen Gitter zu arbeiten, also, und wenn sie beispielsweise hier mit Ägypten in der vierten Sphäre arbeiten würden, würden sie auch mit dem Mars auf der Ebene des galaktischen Sternentors arbeiten und dann sie würden auch mit Nibiru auf der Ebene des universellen Sternentors arbeiten. Wenn sie also anfangen, diese ein wenig zu verstehen, werden sie sehen, wie sie alle zusammenpassen und wenn sie jemals diese Grafik sehen, die ich ein paar Mal durchgeschickt habe, sie werden es dort gleichzeitig sehen. Jedes von ihnen hat Symbole, mit denen sie arbeiten können, nur um zu wissen, dass sie, wenn sie ihre Erinnerungen zurückgewinnen, wenn sie von einem bestimmten Ort auf der Erde angezogen werden, prüfen, ob es mit etwas in Kata übereinstimmt Gitter, damit sie den Weg finden, wie sie es wiederherstellen können, denn denken sie daran, wenn sie ihre erste Angst heilen, dann haben sie die Fähigkeit, die Energie der Parallelerde zu heilen. Sie haben die Energie um die Theta-Orion-Energie und die Quecksilber-Energie, die sie haben, zu heilen die Fähigkeit. Heli und Zypern-Quecksilber-Orientäter zu heilen, all diese Energien sind da drin, und so arbeitet man gleichzeitig durch ein holographisches Modell auf mehreren Ebenen der Existenz, während man es immer wieder rausnimmt und raus und rausnimmt. Also wollte ich einfach diese Art von geben, ein Durchbruch in das Katara-Gitter in ihnen und ich werde aufhören, ihr Gehirn mit einer Menge Informationen zu bombardieren. Was sie tun müssen, ist sich bewusst zu werden, sich auf ihren Körper einzustimmen, was ihr Körper durchmacht, was ihr Körper spürt, was ihr Körper ihnen gesagt hat, und sich dann zu erlauben, an diese Stelle des Körpers zu gehen, um sich vielleicht dessen bewusst zu werden, welches Schaken werden sie sich dessen potenziell bewusst, wenn er sich in der Nähe einer der morphogen-ethischen Sphären des Katara-Gitters befindet, und machen sie sich auch bewusst, ob sie von bestimmten Gebieten auf dem Planeten oder bestimmten Planetensystemen oder bestimmten Orten angezogen werden, die ihr Bewusstsein aufrufen in Verbindung mit dem Katara-Gitter, dem Baum des Lebens, denn wenn dies geschieht, bringt es sie zu ihren zellulären Erinnerungen in ihrer DNA, die mit dieser Zeitlinie verbunden sind, sodass sie hineingehen können, und wenn sie dann diese Orte finden, kommen alle Erinnerungen zu ihnen, was auch immer ist dir eingefallen, denk nur daran, dass sie alle in Einzelteilen auftauchen. Plötzlich fühlst du dich vielleicht zu sehr von Ägypten angezogen. Ich muss etwas über Ägypten wissen. Ich brauche Pyramiden, alles Pyramiden. Ich sehe die Pyramiden und fühle mich wirklich zu ihnen hingezogen, und dann möglicherweise ist ihnen bewusst, dass ihnen danach plötzlich etwas in den Schuss fällt oder dass neue Informationen eintreffen und sie die ganze Bestätigung auf ihrer Haut spüren oder spüren, wie ihr Herz aufleuchtet, sobald sie es hören oder spüren Energie und einen deiner Schakrenpunkte auf deinem Scheitel, musst du die Orte finden, an denen du deine Ahas und Bestätigungssignale empfängst, damit ich. Zum Beispiel weiß, wann ich bei etwas genau richtig liege, weil mein ganzer Körper leuchtet auf eine bestimmte Art und Weise auf. So kommunizieren die Wächter mit mir und mein höheres Selbst bewegt sich dadurch. Ich spüre Empfindungen in meinem Körper und in meinem Herzzentrum. Du musst herausfinden, was deine Aha-Signale sind, ist es ein Energiestoß durch ihren Körper? Ist es etwas, das ihre Wirbelsäule hinauf bewegt? Ist es etwas, das ihre Haut bestätigt? Für einige von ihnen könnten es Töne im Ohr sein, die für sie eine vollständige Bestätigung erzeugen. Es könnten insbesondere Vibrationen sein. An einigen Stellen in ihrem Kronensystem werden wir wirklich geschickt darin, die Signale unseres Körpers zu lernen, sodass sie, wenn ihr höheres Selbst mit ihnen kommuniziert, keine Frage mehr im Kopf haben und sie genau wissen, wann sie ihre Bestätigung erhalten in ihrer Bestätigung und dann ist es unsere Aufgabe, nicht zu lange zu bleiben und uns für Dinge zu begeistern. Denn so erhalten wir unsere Erinnerungen zurück, indem ihnen Pyramiden gezeigt werden und dann kommt das Nächste, was sie wissen, das Nächste und das Nächste, was kommt und wir wollen uns einfach fließen lassen und während wir uns weiterentwickeln, indem wir einfach die Informationen abrufen, die zu uns kommen, fügen sich die Puzzleteile zusammen und das ist wiederum der Grund, warum unser Telegram wirklich wichtig ist, weil wir alle zusammen sind. Wir sind alle eine Einheit, wir sind alle eins und wenn ich meine Dinge teile und du deine Dinge teilst, teilen wir die Informationen und füllen das Puzzleteil viel schneller aus. Wenn du das tust, erlaubst du dir, einfach die Informationen durch dich hindurchströmen zu lassen, zu denen du wirst sei dir bewusst, wo in deinem Körper die Aktivierung erfolgt, sodass du auf deine Intuition hörst, wenn sie dir sagt, dass du in etwas hineinschauen sollst, über etwas meditieren sollst, um Informationen zu erhalten, um zu sagen Universum. Zeig mir jetzt, was ich darüber wissen muss und dann über dich rufe das in deine Realität oder bevor du in Nachträumen schlafen gehst, das ist in meiner Realität. Ich bitte meinen Traumzustand, bring mir jetzt die Informationen du nimmst dir vor, du bestätigst ständig dein höheres Selbst und deinen Wächtern und Führern. Ich höre zu, ich passe auf und jetzt fangen wir wieder an, mit unserem Rat zusammenzuarbeiten und das wird so sein und es wird sich so anfühlen, sie sitzen rund um die Uhr mit ihrem Anwalt zusammen. Das ist die Aufgabe, die wir in dieser Realität erreichen wollen. Um dieses Gefühl zu vermitteln, lade ich jeden Einzelnen von ihnen ein, zu akzeptieren, dass ich sie so sehr liebe. Ich bin listening, ich bin paying attention, und jetzt wir starten zu arbeiten, in conjunction mit unserem Council wieder. Und es wird sich, und es wird sich, als wenn ihr mit Ihren Council 24-7 sitzt. Das ist die Aufgabe, die wir in dieser Realität wollen, um das Gefühl zu bekommen. Ich wünsche euch alle und alle von euch zu nehmen. Ich liebe euch so sehr, 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 sehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.